Ich glaube die Bleche wärme bei den aktuellen Rucksack nicht reinpassen, in den Wader Rucksack. 10x10, ne? Sling brauchst du dafür. Wenigstens Slingpack. Ja. Das ist ja die ganze Zeit so'n scheiß Wetter. Ist so, ne? Die ganze Zeit. Ist grad die ganze Zeit so. Also, dann wird's ein bisschen besser und dann wieder voll scheiße. Und dann knallt's wieder richtig rein. Leben ist kein Ponyhof. Ach komm. Das ist ja komm. Haut da wieder so einen raus, weißt du? Ich mach jetzt auch erstmal ein Feuerchen in der Base. Ich bin jetzt auch zurück. Ja, dann heißt das jetzt erstmal ausgiebig Draht finden. Damit wir hier wieder ein bisschen vorwärts kommen. Das sagst du doch einfach. Ach, es gibt Draht drin. Für die Quests wird jetzt Draht benötigt. Und für die Fässer. Bleibt ja nicht aus. Ja. Ja. Oh, ich hab Draht gefunden. Nee. Ernsthaft? Ein Draht. Ein Draht. Könnte ein Fass sein. Guck, wo ich bin auf der Karte. 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 Gelobten Land. Ja, du bist doch. Ja. Im Gelobten Land. Ja, du bist doch. Ja, du bist ja. Wahnsinn. Draht in Ja, du bist ja. Dann findest du. Du findest bestimmt noch einen zweiten. Bei Haus. Ja, Luizko. Dann haben wir zwei Fässer, Alter. Geil. Das sind wieder 300 Stauraum. Ohne, dass wir so viel Draht finden müssen. Mit Fass, oder was meinst du? Ja. Oh. M&T soweit fertig? Ja. Ja. Gut. Wer jagt da die Ziele? Der letzte Mal. Tür zu. Ich komm. Reset hat gerade einen Schwinger geschwungen. Fuck nu. Füssige. Ja, rote Rauchwolke. Danke. 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 Glaub mir, jetzt habt ihr Hühner. Jetzt ist es hier schon wieder los. Ja, richtig. Schnell weg. Voll. Jetzt habt ihr Hühner. Wie gesagt, der letzte macht die Tür zu. Es grummelt schon. Zu? Ja. Wir müssen aber so eine Hütte finden. Ihr habt doch so eine Hütte. Wir retten da vor die Flinte. Wir retten da. Leute. Leute. Scheiße. Wer war das? Wir hätten ihr das Fleisch liegen lassen. Sorry. Alles gut? Emotiv? Nein, mir ist alles gut. Du hast mich angeschossen. Das ist viel schlimmer. Alles heil? Der Kopf ist nichts ruiniert. Was soll das denn jetzt heißen? Ich prüfe es weiter. Tschuldigung. So ist das schlimmer. Tschuldigung. Verstehe ich. Tschuldigung. Jetzt sei nicht sauer. Ich hab Nico jetzt. Der zweite war schon fast auf dem Gewissen. Was? Das erste Mal mit dem Feuerzeug, ne? Ja, das hat auch funktioniert. Da warst du ja auch abwesend. Ach du hast geastet. Das ist ja fies. Aber wenigstens hat er hier die komischen Felsen für mich. Von der Richtung nach vorne gesetzt. Ich vermute mal sowieso, wenn ihr Bots sind, spawnen die eh erst ein, wenn wir dicht da dran sind. Ja. Ja, klicken wir mal hier hin, Jungs. Markus, gehst mal gucken kurz. Das ist Aussicht. Ich geh auch hier nach vorne. Renn mal rein, einmal durchzählen und dann wieder raus und Meldung machen. War rein. Einmal durchzählen. Dieses goldene Symbol der Eingang? Ja. Über den Vorhängen, ja, ne? Ja. Maradon. Jetzt sind wir aber auch schon ziemlich dicht dran, Jungs. Aber da ist nix. Wirklich gar nichts da. Aber vom Wetter her und so, perfekt. Ich seh nix, Seekro, denn rechts, rechts ist frei. Links seh ich auch nichts. Ja, dann würde ich sagen, bleiben wir hier, könnt ihr auch schließen. Ja, wer fehlt denn? Ach, Jacky. Nee. Ich seh links, gar nix. Geh mal noch 50 Meter weiter vor. Oh, irgendwer ist raus. Und wer ist raus? Ach, Reset, ne? Ja, Reset. Ja, Reset. Ja. Habt ihr gehört, ich geh nochmal 50 Meter vor. Ja, ja. Ich komm mit. Bis zum Schild. Ja. Ja. Ich seh gar nix. Ich auch nicht. Könnt aufrücken. Weiter. Ich mach hier rechte Seite, falls da irgendwas auf der rechten Seite ist, Tor und bis zum Heli kann ich gucken. Oh, er hat geleckt. Hat geleckt. Hat geleckt. Hat geleckt. Ja. Das war böse Zeichen. Deswegen bin ich auch sofort zurück. Ich schau die ganze Zeit rechts. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das jetzt mit den patrouillierenden Bots ist, ne? Genau. Also ich denke mal, dass die einfach rundherum laufen. Ja. So ist es in meinem Kopf. Auf jeden Fall, Markus, wir gehen mal ein bisschen nach links kurz. Hab gerade geleckt. Gucken wir nochmal über die linke Seite. Weil hier waren doch zwei Bruggies. Oder nicht. Früher. Aber es ist ja nicht mehr früher. Aber ich kann nix sehen. Ich auch nicht. Okay, dann gehen wir auch mal Richtung Heli. Kein schwarzer Punkt, gar nix. Jetzt haben die gerade eine Silvester-Rakete bei mir gestartet. Da ging mir ganz kurz die Wurfe. Es kam nur dieses Pfeif. Ich wusste nicht genau, ob es aus dem Spiel kommt. Jetzt bin ich schon wieder blau von der Temperatur her. Alter, Schöter. Naja, bin ich auch. Müssen drinnen Feuer machen. Machen wir aber auch gleich, wenn wir drinnen sind. Ich könnte auch die Fackel, mach deine Fackel an und reich die rum. Okay. Dann bitte Deckung geben. Ja, ich bin bei dir. Deki flankiert rechts. Markus, Nico, links. Perfekt. Ich komm zu mir. Nicht mich anzünden, bitte. Ich zünde dich nicht an, alles gut. Wieso kann man den Spieler eigentlich den neuesten anzünden? Was ist denn da los? Was? Wie kann man den Spieler überhaupt anzünden? Ich wusste gar nicht, dass es geht. Das war aus Versehen. Das ist ja auch das, was wir rausgefunden haben. Das ist ja komisch, wenn du dann das Killfleet oben liest. Björny hat Nekro mit dem Feuerzeug getötet. Also, ja. Bringt mir aber gar nichts, ne Björn? Geht nicht nach oben. Bei mir geht's hoch. Doch, jetzt ja. Nur ein bisschen gedauert. War mir wohl sehr kalt. Das ist ja bloß einer jetzt, sag ich mal. Bei mir geht's aber auch nicht hoch. Ja, das geht erst nicht. Nee. Nee. Alter, macht ihn auch. Machen wir drinnen. In der Mitte. Wir stülpen die Mitte. Und dann machen wir drinnen. Ich kriege die nicht aus, die Fackel. Wenn euer Leben schon droppt, bloß wegen der Kälte, ist das doch Mist. Ich kriege die Kälte, äh, die Fackel nicht aus. Oder wenn wir die Flasche drausziehen? Warte mal. Ich mach mal Flasche drauf. Eingang? Geht nicht. Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Mikroflasche. Eingang. Was machst du denn da? Das geht nicht. Warte mal, ich hab'n Topf mit. Nimm mal Topf. Ich hab'n Topf. Ja. Na, versuch. Wir füllen. Topf. Geht? Topf geht. Okay, packe ich wieder ein. Sehen Sie. Okay. So, ich mach mein Feuer hin, oder was jetzt? Oder geh mal rein? Erstmal rein, würde ich sagen. Ich mach'n eins. In der Mitte drinnen. Ja, okay. Anders. Ja, dann sind wir noch im Resort. Ja, dann stürmen. Bloß nicht gedummt gehen. Immer wieder rechts kommen, ja? Wie du magst. Wieso wieder? Ja. Das ist, glaub' ich, der etwas angenehmere Weg. Es hat geleckt. Ja. Ja, da hinten steht'n Dicker. Bis draufhalten. Linke Seite. Ich seh' ihn, nicht? Ist' die Tanne davor. Ja. Wer auch, ne? Da sind noch mehr hinterblicken. Da sind noch mehr hinterblicken. Links ist sauber. Ihr beide macht das, ich gucke wohl. Ihr drei macht das, ich gucke nach Kader aus, ja? Nein, drauf schießen mit. Schieß ruhig mit drauf. Na gut. Die fressen halt viel Mut. Na gut. Je schneller die umkippen, desto schneller können wir Feuer machen. Oh, du kannst du dir die Fokus kippen. Alter, genau so. Ja, ich hab's doch. Ja, ich hab's doch. Sehr gut, ein Mutant noch, der da da läuft. Das will ich nicht. Ich geh geduckt. Ja, ist gerade nach links weggegangen. Bei den Sandsäcken? Ja, sind da Sandsäcke? Ja, genau. Ich muss einmal kurz FD-Mengst, jetzt kommen Zombies von links. Scheiße. Pass auf die Flashes auf. Also blank nachladen, ne? Die kommen durch. Ab, 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 ab. Stopp. Alter, ey. Das ist nicht. Junge, 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 Junge. Das haut schon wieder rein, ey. Kommt was, Nico. Okay. Ich muss einfach Magazin nachladen. Dann geht's schon zurück, Björn. Ja. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Die haben über diese blöden Blendgranaten. Noch einer. Achtung, noch einer. Ja, aber die sehen uns gerade nicht in den Bäumen. Rechts, Nekro, rechts, Nekro. Wir sind am Nachladen. Rechts, Nekro. Vorne, vorne, rechts, rechts. Links, links, links. Wer mehr? Ja, ebenso. Schieße. Ja, komplett. Jawoll. Ich hab wieder nachgeladen. Ich steh vorne an der Front. Jetzt kann jemand anders nachladen. Auch noch nicht. Wie sind hier eigentlich alle? Wieso kommen hier eigentlich alle? Weiß es auch nicht. Erstmal kann ich einen extra füllen. Hat doch keiner Granate geschmissen, oder? Von denen. Dass jetzt irgendwie alle gepullt wurden. Nein. Also ladet ruhig nach. Ich halt die Stellung. Was schön, wenn noch einer mit Stellung hält. Okay. Er magert sich noch. Ich bin wieder Eindruck bereit. Von irgendwem hören wir Hintergrundgeräusche. Emotiv. Ah, okay. Und mir leid. Das Wörterleben ist von mir weg. Wegen Gelder. Oh, bist du. Vor allem hier auch. Wir müssen Feuer machen. Wir gucken da vorne, dass wir den... Ihr habt Tetra. Quatsch. Ihr habt die Multis. Ich schmeiß auf Multis hin. Ja, Multis hab ich auch. Ja, dann klick dir rein. Johnny, du hast 97%. Willst mich veräppeln? Ja, ich sag an. Man wird nicht. Markus hat 75. Das ist was anderes. Ja, wir müssen ja trotzdem Feuerchen machen. Ich weiß nicht, da rumgeschwommen. Klick, klick, klick. Schaut's bei euch, Leute. Alles gut? Alles bestens. Nur ein bisschen kalt. Das ist normal. Aber hier ist schon gar nass, weswegen. Ja, nass würde ich auch. Ja. Aufsitze, wir kommen jetzt vorne. Jetzt ein Feuerchen. Wir müssen nur gucken, da vorne war noch irgendwie der Mutant, oder nicht der jetzt? Nee, der ist da auch. Geradeaus einmal schnell Feuerchen machen. Achso. Oder was? Bei den Bergen? Vielleicht würde eine Seite gehen, weiß ich auch nicht. Oder geradeaus. Ja, da würde ich... Wo gehen wir denn nun lang? Ja, erstmal geradeaus Feuer. Einmal rein. Genau. Ja. Und Feuerchen dann. Oh, hier liegt ein Mutant. Hier kommt noch einer hinter euch. Hier ist noch einer. Hinter euch. Fuck, fuck, fuck. Alter. Dreh dich um, dreh dich um, Nekro. M&T umdrehen, umdrehen. Umdrehen. Weiter. Achtung! 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 Alter! Auch weg! Irgendwer hat einen Schlager gekriegt. Warte, ich gucke. Also, vor einer Gesundheit ist er okay? Weil die Gesichtermaske ist ruiniert. Alter! Leute, ist das schon wieder aufregend. Wo kam der Dicke denn noch her? Von hinten. Ja, und von rechts. Und von gerade durch war auch noch ein gelber. Hinten drin. Lauf doch. Irgendwas dröchelt hier noch. Ich versuch's nochmal. Ich geh durch nach hinten. Warte, 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 warte. Ich komm mit. Nicht alleine. Links frei. Markus, komm. Jo. Hinterm Haus sieht's auch gut aus. Gestrüpp. Sieht gut aus. Ja. Können Feuer machen. In der Hütte? Nee, da geht keiner. Hier, ich schmeiß mal zwei Holz raus. Schau mal die Hütte durch. Machst du jetzt Lagerfeuer schon, oder? Ja, ja, ja. Okay. Und kann angezündet werden. Kommt. Motiv, du stehst auf Feuer. Geh mal weg. Ja, ich wollte es anmachen. Rent. Markus, komm her. Jopp, bin da aus dem Bach. Ist der zum Finger auf eingesteckt? Der mach ich immer mal. Wieso nicht? Feuer ist aus. Ich seh einen Mutanten und einen Dicken. Ja. Wir müssen weiter, ne? Feuer ist aus. Da kann er snipern, wenn er Bock hat. Ja, genau. Kann er noch was sagen. Bleib da oben. Kann doch hierbleiben. Das ist auch eine ganz gute Fusen. Ich guck jetzt, wo ihr langgeht. Das sehe ich aus der Falle. Geht ihr den Weg jetzt lang da? Ja. Noch sieg, drinnen nix. Wartet mal. Ich geh noch mal ein Stück vor. Ich muss hier nur einen kleinen Sprung machen. Ja, hat geklappt. Ja. Wetter wird doch grad schlechter. Ja. Ich geh mal vor. Links steht. Ich lauf gleich zurück, ne? Lauf nicht weit vor jetzt. Wir haben hier ne Mauer, mit der wir spielen können. War kein Bot zu sehen. Ne, ich glaub hier auf dem Platz vorn ist alles voll mit Zombies. Da ist schon ein Dicker. Links hinten ist ganz viel, äh, da sind zwei Bloater auf jeden Fall. Ich hab auf einen Dicken geschossen. Ja, der Rechte, ne? Der Dicke kommt, ein Dicker kommt. Ja, ja, ich hab auf einen Dicken geschossen. Sag ich ja. Oh, wo lachst du hin? Nicht auf mich. Immer auf mich. Komm zu uns. Da kommt Beer, da kommt Beer. Oh ja, ganz viel Beer. Das ist weg. Achtung, der Geil. Nichts. 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 Ja gut. Oh shit, raus! Oh, raus, raus, raus! Masken auf! Pauli! Ja, die Wolke baut mittlerweile. Hahaha, nur Munition verschwindet! Scheiße! M&T? Ja, wir sind draußen. M&T? Scheiße! Die Maske hält auch. Ich auch nicht. Ja, brauchst du nicht. Wenn du draußen bist, bist du draußen. Alles gut. Draußen ist draußen. Komm raus. Die Wolke brauchen wir dabei, dass sie ausbreitet. M&T? Ich weiß nicht, was er macht. Bei Katz? Was macht M&T? Auf dem Werk sein. Aber die Wolke dürfte gar nicht zu dir hochkommen eigentlich. Ja, der ist doch hier unten. Ja, aber er müsste... Wenn er die Maske auf hat, kriegt er glaube ich trotzdem Katz. Oder? Ja, kriegt er auch. Ja, wir gehen ans Tor. Du Negro, komm. Du brauchst einen kompletten Anzug. Nehmt... Nehmt... Nehmt mal Verband in die Hand bitte ein. Ja, hab ich schon. Komm her, komm her. Bleib stehen. Bleib stehen jetzt. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Mach selber mit. 2, 1... Null. Weg von mir. Und ich nehme POX. Das wird es doch sein, oder? Ja. Du hast eine Maske, eigentlich sollte gar nichts passieren. Aber ich habe schon ein Krankheitssymbol, ne? Okay, dann klickt ihr es rein, ja. Ach toll. Ja, das ist jetzt ärgerlich, ne? Ja, das ist jetzt ärgerlich, ne? Wir haben zu lange gebraucht. Ja. Wer rennt denn da wieder rein? Wer ist denn da gerade wieder rein gerannt? Wir sind groß Kuppeln, glaube ich. Haben wir uns hier trolen? Ja, Maske geht. Ne, Maske geht nicht. Okay. Ja, der kriegt das. die tatsache also nur die maske reicht dann nur nicht richtig das werde ich probiert wenn gesund maske hat noch nie gereicht bei sowas also mir war auch immer als wenn immer ein platter ansatz weil er nur unterschiedliche als die wolken aufkamen die ersten dinger aber gab es zwei unterschiedliche gab es die statischen und da gab es irgendwie die geworfenen und ein zu beiden ging auch nur mit maske ich weiß nicht was wieder ab